Die DRV News vom 8. November 2024. Ampel kaputt und jetzt? USA kaputt, Trump gewonnen, Cannabis verloren. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Arway Medical und Dirk Store Shop. Herzlich willkommen bei den DRV News. Jetzt ist es soweit. Die Ampel hat fertig. Die Ampel ist kaputt. Das ist doch ein bisschen früher als gedacht. Es war ja immer schon von Anfang an im Prinzip die Frage, schaffen die das vier Jahre lang? Die erste Drei-Parteien-Koalition seit Konrad Adenauer in den 50ern, da gab es schon mal ganz kurz so eine. Aber dass es Deutschland nicht gewöhnt, solche Kompromissfinderei irgendwie mit mehreren Parteien, dass das schwierig werden wird, war klar. Zumal ja zumindest wirtschaftspolitisch die Unterschiede zwischen FDP und Grünen und auch SPD, recht groß waren und da auch wenig Schnittmenge war. Aber immerhin in gesellschaftlichen Reformvorhaben waren sich eher einig, wovon wir ja auch letztendlich profitiert haben. Jetzt werden wir bald wieder eine andere Zeit bekommen und viele werden vielleicht nostalgisch zurückdenken an die Ampel-Koalition. Ich lese im Moment jetzt ganz oft irgendwie von wegen, ich werde die nie wieder wählen, die haben es nur verraten und so weiter, weil natürlich nicht alles geliefert worden ist, was versprochen worden ist, was im Koalitionsvertrag drin stand. Jetzt aktuell geht es ja immer noch um die Frage, ob noch Modellprojekte kommen. Diese sogenannte Säule 2 von Lauterbach, wer die letzten News gesehen hat, weiß, worum es geht. Das ist aber immer noch nicht vorbei, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber natürlich müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass wir jetzt eine wesentlich weniger handfreundliche Regierung bekommen, als das jetzt der Fall ist. Die Union wird vermutlich die Regierung übernehmen sozusagen, also auf jeden Fall als sehr größere Koalitionspartner irgendeiner wie auch immer gearteten Koalition. Und die Union ist halt diejenige Partei, die am allermeisten darauf rumreitet, dass sie unbedingt jetzt das Cannabis-Gesetz zurückdrehen will, alles wieder verschärfen will und so weiter. Und die Frage, ob das jetzt passiert oder nicht, natürlich alle bewegt da draußen, ob irgendwelche Verschärfungen jetzt wohlkommen werden oder nicht. Man muss natürlich sagen, dass die CDU das nicht alleine machen kann, dass sie Koalitionspartner brauchen wird und dass einfach aufs Wahlergebnis ankommt, wie es jetzt weitergeht. Rein technisch, formal ist es möglich, das Cannabis-Gesetz zurückzudrehen. Wir müssen halt im Prinzip den ganzen Gesetzesprozess rückwärts ablaufen lassen sozusagen. Dann geht es, wenn man die entsprechende Mehrheit hat. Klar, warum nicht? Aber die Mehrheit muss man erst mal haben. Also, dass eine Regierung zustande kommt nächstes Jahr, ohne dass eine der drei jetzigen Ampelparteien beteiligt ist, ist recht unwahrscheinlich. Dass die ein vollständiges Zurückdrehen mitmachen würden, halte ich auch für recht unwahrscheinlich. Ist nicht unmöglich. Aber gerade bei der SPD-Fraktion ist ja doch auch die Mehrheit für die Legalisierung jetzt nicht ganz zu 100 Prozent gewesen. Da haben wir ja auch dieses Wackeln erlebt sozusagen Anfang des Jahres, weil ja fast noch gescheitert sozusagen an der SPD-Fraktion das aktuelle Cannabis-Gesetz. Trotzdem glaube ich nicht, dass die jetzt bereit wären, im nächsten Jahr sofort zu sagen, ja alles klar, wir machen das zu 100 Prozent zurück. Aber, dass wir auf jeden Fall damit rechnen müssen, dass es Verschärfungen wieder gibt am jetzigen Cannabis-Gesetz, auf welche Art auch immer, ob es jetzt um die erlaubte Höchstmenge geht, die man besitzen darf, um die Pflanzenzahl, die man haben darf und was weiß ich, irgendwelche Details bei den Clubs oder Höchstgrüchtszahl an Clubs und so weiter und so fort oder vielleicht sogar gar keine Clubs mehr. Ja, es ist alles Mögliche denkbar an Bandbreite, an Kompromissen, die die CDU letztendlich aushandelt. Und auch die Frage, wie viel ist der CDU das wert, letztendlich in Koalitionsverhandlungen möglichst viel repressive Cannabis-Politik wieder einzuführen und was geben die den anderen Koalitionspartnern dann dafür? Schwierig wird es, wenn wir eine Koalition kriegen, wenn es reichen sollte, wer weiß, was sich bei den Wahlen jetzt noch ergibt, wenn wir eine Koalition aus CDU und BSW, da BSW überhaupt keine Position zu dem Thema haben, werden die das für eine schöne Präambel-Antikrieg irgendwie wahrscheinlich alles verkaufen sozusagen. Dann sehe ich da harte Zeiten auf uns zukommen. Klar ist auf jeden Fall, wir werden Rückzugsgefechte führen müssen. Ja, dafür sorgen, dass wir das überstehen mit der Unionsregierung, um dann danach wieder darüber nachzudenken, wie wir jetzt große Schritte wieder voran machen können. Weitere Schritte voran im großen Maßstab im Sinne von jetzt doch noch irgendwie vollständige Legalisierung erreichen. Das ist nicht absehbar unter einer CDU-Regierung, wenn wir die jetzt kriegen, die wir also fast bombensicher kriegen nach den aktuellen Umfragewerten. Insofern werden wir wieder langen Atem beweisen müssen. Wir sind bereit beim Handverband, aber ich möchte auch nochmal alle dazu aufrufen, Mitglied zu werden, Fördermitglied beim Deutschen Handverband. Denn es ist noch lange nicht vorbei. Wir haben tatsächlich auch rückläufige Mitgliederzahlen gehabt in den letzten Jahren, seit der Ampel-Koalition, aus verschiedenen Gründen sicherlich auch wegen Inflation und Krieg und Corona und so weiter und so fort. Da saß auch das Geld bei den Leuten nicht so locker. Aber auch vielleicht der Gedanke der Notwendigkeit, den Handverband zu unterstützen, war vielleicht nicht mehr so groß. Da sind die jungen Generationen nicht mehr so nachgewachsen sozusagen bei den Älteren, die so rausstrukturiert sind sozusagen. Aber Leute, es ist noch viel zu tun und wir sind auch noch lange nicht safe. Ja, wir müssen Rückzugsgefechte führen. Wir werden mit aller Macht dagegen ankämpfen. Aber wie viel Macht das ist, hängt auch damit zusammen, wie viele Fördermitglieder wir haben. Also guckt euch das mal an, meldet euch an, wenn ihr euch das irgendwie leisten könnt. Jeder Einzelne zählt im Kampf gegen erneute Repressionsmaßnahmen. Die Frage, wann es jetzt weitergeht mit den Neuwahlen, ist nochmal entscheidend für die Frage, ob vielleicht sogar noch was Positives passieren könnte. Ja, also noch haben wir eine amtierende Regierung, auch wenn die keine Parlamentsmehrheit hat. Es gab zwei Projekte, die zumindest bisher noch der Ampel zuzutrauen waren, die in Richtung der Verbesserung gehen. Das eine ist die nicht geringe Menge, die ja nicht festgelegt worden ist im Gesetz, leider überhaupt genannt worden ist. Die sogenannte nicht geringe Menge, die dann nochmal einen verschärften Straftatbestand triggert, nämlich 7,5 Gramm THC, die man sehr schnell erreicht bei den legalen Mengen, die man schon besitzen darf, wenn das starkes Zeug ist. Das ist ja ein anständiges Hasch oder so. Dann ist man über 7,5 Gramm THC, wenn man davon 50 Gramm zu Hause hat und ist dann sofort im Verbrechenstatbestand und sofort mit Gefängnisstrafe bedroht. Dass das nicht zusammenpasst, war halt klar. Aber der BGH-Bundesgerichtshof hat das mehrfach bestätigt, dass bei 7,5 Gramm bleiben soll. Da war aus der Politik tatsächlich Bereitschaft erkennbar, daran nochmal zu arbeiten und da wurde auch in der Regierung dann darauf geguckt und geschaut, ob man da nochmal rangeht ans Cannabis-Gesetz als einer von wenigen Punkten, wo jetzt vor der nächsten Wahl nochmal möglicherweise eine Änderung anstehen könnte. Weil ja auch vom Gesetzgeber im Erläuterungstext schon drin reingeschrieben wurde, wir erwarten von den Gerichten, dass die höhere Werte für die nicht geringe Menge festlegen, als aktuell existiert. Und das ist aber nicht eingetreten. Und deswegen muss der Gesetzgeber jetzt seinen Willen eben mit einem konkreten Gesetztext durchsetzen. Dass das noch passiert, im Rahmen der aktuell amtierenden, noch amtierenden Rumpfampel sozusagen, eigentlich ist jetzt eine Minderheitsregierung von Rot-Grün, müsste man eigentlich sagen, ist eher unwahrscheinlich, fürchte ich, weil dafür für diesen Prozess das Justizministerium zuständig war. Soweit ich weiß jedenfalls, irgendwelche internen Informationen sozusagen, dass da federführend darüber nachgedacht wurde, wie man das jetzt noch quasi kitten kann. Und ja, also Justizminister ist weg. Marco Buschmann ist ja auch hinter Lindner Herr sozusagen zurückgetreten. Und jetzt hat der Ex-FDP-Minister Wissing, der Verkehrsminister, dieses Ressort mit übernommen, ging heute durch die Medien. Und ob der jetzt sozusagen mal ebenso schnell mal muschi muschi irgendwie über Weihnachten jetzt eine Gesetzvorlage irgendwie auf den Weg bringt, das nochmal anzupacken, ist extrem unwahrscheinlich, würde auch gar nicht funktionieren. Weil da muss ja wirklich das Gesetz geändert werden mit den entsprechenden Fristen und Bundesrat und Gedöns, das kann gar nicht mehr funktionieren. Also die nicht geringe Menge wird jetzt vor der Wahl sicherlich nicht mehr angepackt werden. Aber was noch offen ist und für mich eigentlich auch noch das größere Projekt ist, ist die Frage der zweiten Säule. Ja, weil im Moment sind wir mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben, haben wir aufgeschlossen zum Primus in Europa, nämlich Malta, mit der vollkommen legalen Besitzmenge, dem vollkommen legalen Eigenanbau und den Anbau vereinen. Das hat Malta so auch. Wenn wir jetzt aber zusätzlich auch noch Modellversuche zur Cannabisabgabe bekommen würden, so wie geplant, wie immer angekündigt von Lauterbach, dann wären wir da nochmal eins drüber und wären immerhin an der europäischen Spitze, was die Cannabisreform angeht. Auch wenn natürlich vieles von dem, was versprochen worden ist, nicht geliefert worden ist, insbesondere eben vollständige Marktregulierung mit Fachgeschäften für alle Erwachsenen. Aber auch Modellprojekte in kleinerem Ausmaß, wenn sie nur symbolisch sind sozusagen, ja, aber ein Einstieg zumindest auch in die Erforschung tatsächlich, was wie eine Abgabe vernünftig sinnvoll und risikominimierend funktionieren könnte, das wäre eben auf jeden Fall nochmal ein zusätzlicher Punkt, wo man sagen würde, okay, das Gesamtpaket ist auf jeden Fall das fortschrittlichste, was wir in Europa haben. Und das Gesetz ist da. Ja, also das Cannabisgesetz jetzt, das Konsumcannabisgesetz, dieser Teil, da steht in Paragraf 2 Absatz 4 drin, Forschung ist möglich mit Cannabis, auch Handeln mit Cannabis zu Forschungszwecken ist möglich und man braucht dafür eine Genehmigung. Und diese Genehmigung soll eine Behörde begutachten sozusagen entscheiden, die von Landwirtschaftsminister Özdemir bestimmt wird. Das heißt, da ist kein Gesetzgebungsverfahren nötig, sondern nur das Inkrafttreten einer Verordnung, die seit einem halben Jahr oder sieben Monaten mittlerweile in der Schublade von Herrn Özdemir liegt und kein Mensch weiß, wieso er die nicht einfach veröffentlicht, zumal er auch gesetzlich dazu verpflichtet ist, laut Paragraf 2 Absatz 4 Cannabisgesetz. Und auch damit rechnen muss, weil es ernsthafte Antragsteller gibt, mehrere Verbünde von Städten, Forschern und Unternehmen, die einen Antrag stellen können und wollen und zwar bald und die den sonst halt so auf den Tisch des Landwirtschaftsministers legen und eben nicht bei der zuständigen Behörde, wenn er die nicht bestimmt. Also hat er auch deswegen Interesse daran sozusagen, das Inkrafttreten zu lassen, wobei selbst dann kann er sich dann mit der Neuwahl wahrscheinlich irgendwie aus der Verantwortung stehlen. Nur auch nach einer Neuwahl sind ja erstmal Koalitionsverhandlungen und bis zur Bestimmung einer neuen Regierung vergeht ja dann noch mehr Zeit. Im Moment ist noch nicht klar, heute jetzt, Freitagnachmittags, ob die Neuwahl im Januar oder im März stattfinden wird. Das heißt, bis dahin ist auf jeden Fall Zeit, auch einen Antrag zu stellen. Aber dann gibt es Koalitionsverhandlungen. Das kann im Zweifelsfall lange dauern, weil viele Parteien beteiligt sind. Ja, kann vielleicht sogar scheitern, wer weiß. Und die ganze Zeit über würde es eine kommissarische Regierung geben müssen, zu der auch Özdemir als Landwirtschaftsminister gehört. Das heißt, wenn es noch lange dauert, können auch Mai drüber werden oder so, dann muss er auf jeden Fall damit rechnen, soll den Forschungsantrag auf den Tisch zu kriegen. Insofern, ja, ist immer noch möglich, dass er das tut. Es gab jetzt auch eine Antwort bei fragdenstaat.de auf eine Anfrage nach Informationsfreiheitsgesetz, was jetzt da ist mit dieser zweiten Säule sozusagen und der Verordnung. Die ja genau genommen Konsumcannabis-Wissenschaftszuständigkeitsverordnung heißt. K-Kann-W-V. Die ja schon da ist sozusagen, aber eben nur noch nicht in Kraft getreten ist. Und da kam meine Antwort. Ja, wir haben ja schon ewig viel jetzt rum protestiert auf sozialen Medien. Ich habe eine Terminanfrage gestellt. Alle möglichen Organisationen haben Briefe geschickt an Öztür mir und keiner hat bis jetzt eine Antwort gekriegt. Und hier kommt jetzt meine Antwort, wo die Rede davon ist, dass noch bestimmte rechtliche Fragen geklärt werden müssten und das jetzt da mit den anderen Ministerien auch besprochen würde. Und ansonsten, die weiteren Verfahrensschritte zur Verkündung der Verordnung richten sich nach den Vorgaben der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien. Ja, bla bla. Letztendlich alles Schutzbehauptungen, Verzögerungsbehauptungen. Die haben seit über einem halben Jahr, können die über irgendwelche rechtlichen Fragen beraten. Ja, das ist alles längst erledigt. Außerdem spielt das für das Inkrafttreten dieser Verordnung überhaupt keine Rolle. Das ist eher eine Frage, welche Art von Forschungsprojekten sind denn jetzt so genehmigungsfähig und welche nicht. Da stehen auch so ein paar Details in den Paragrafen drin. Aber das hat nichts damit zu tun, welche Behörde da jetzt festgelegt wird. Da wird es mir sofort handeln. Und er hat es noch nicht abgelehnt sozusagen, diese Verordnung noch inkrafttreten zu lassen. Er hat nicht argumentiert in dieser Antwort, warum das jetzt alles nicht geht, sondern hat nur gesagt, das ist noch irgendwie im Schwanger sozusagen. Also nach wie vor lohnt sich der Protest, lohnen sich alle unsere Aktionen. Also ich bin da auch in vielfältiger Weise in allen möglichen Zusammenhängen zugange irgendwie, um das noch irgendwie möglich zu machen und habe die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgegeben. Also es könnte noch sein, dass auch jetzt mit so einer angeschlagenen Minderheits-Rot-Grün-Regierung da nochmal was vorwärts geht in Sachen Cannabis-Modellprojekte, Abgabe und Forschung. Und übrigens ja auch tatsächlich Forschung im Sinne von anderen Projekten, die nichts mit dieser ganzen Abgabe und Regulierung des Marktes zu tun haben. Da gibt es auch Leute, die Studenten zum Beispiel, die im Rahmen ihrer Bachelorarbeit zum Beispiel in der Uni Hanf anbauen wollen, um die irgendwie die Pflanzen zu beobachten unter bestimmten Bedingungen und auch dafür so einen Antrag stellen müssen. Oder an der Fachhochschule Erfurt für Landschaftsbau, die so ein Cannabis-Seminar machen wollen, auch die würden gerne auf dem Gebiet der Uni Hanf anbauen und zu Lehrzwecken und zu Forschungszwecken. Auch die brauchen halt diese blöde Verordnung von Özdemir. Und ich hoffe auch immer noch, dass er irgendwann sagt, ja komm, kriegst du halt die Verordnung. Und dann muss sich die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung damit auseinandersetzen mit den Anträgen. Ja, aber davon abgesehen, wie gesagt, das sind die letzten Aktionen, die vielleicht jetzt noch irgendwie in Richtung positive Aktionen gehen. Danach werden wir uns natürlich wieder beschäftigen mit der Wahl, Wahlanalysen und so weiter. Und vermutlich dann, wie wir das vorher 20 Jahre gewöhnt waren, werden wir gegen eine Regierung vor uns haben, die uns eher wieder kriminalisieren will, als dass wir von der irgendeinen Fortschritt zu erwarten haben. Zumindest leider im Moment ist das zu erwarten nach den Wahlumfragen. Ein Punkt vielleicht noch, wenn ich sage, Wahlanalysen. Dafür ist ja nochmal wichtig, die Parteiprogramme normalerweise. Ja, wäre jetzt schön, wenn die nochmal genug Zeit hätten, nochmal in sich zu gehen und zum Thema Cannabis. Ich denke da zum Beispiel an die SPD, die beim letzten Mal noch keine klare Legalisierungsposition im Wahlprogramm drin hatte, um dann die zu beurteilen, ob sie das jetzt machen oder nicht diesmal, ja, zu dieser Wahl. Wenn es aber im Januar schon die Wahlen sind, haben die gar keine Chance mehr, ein normales Programm aufzustellen, mit Parteitag und großer Diskussion und so weiter. Dann werden die vermutlich sagen, ja okay, unser altes Programm gilt halt irgendwie noch. Ja, oder irgendwie ein total schnell gestricktes, super kurzes Blitzprogramm mit zehn Hauptpunkten aufzustellen oder so, wo dann vermutlich so eine klare Positionierung eben nicht mehr mit dabei ist. Jedenfalls nicht auch von einem kompletten Parteitag abgesegnet irgendwie. Ja, das wird auf jeden Fall schwierig, ist schwieriger. Das müsste auch schon Glück haben, wenn wir da nochmal eine konkrete, vernünftige Neupositionierung aller wichtigen Parteien hinkriegen würden. Ja, zum Wahl, Thema an sich nochmal, ja, also, wie jetzt alle sagen, wir wählen jetzt die Ampelparteien nicht mehr, die haben uns alle nur belogen, damit habe ich ja angefangen eben. Immerhin haben sie die Hälfte geliefert von dem, was sie besprochen haben und ging überhaupt mal vorwärts, ja. Und das war ja im Prinzip das Versprechen, es wird vorwärts gehen und ist vorwärts gegangen, wenn auch nur halb so weit, wie sie wollten. Aber immerhin, ja, sie haben nicht jetzt komplett versagt oder so, haben nicht gar nichts geliefert, das kann man wirklich nicht sagen, während die anderen sozusagen, jedenfalls alle anderen großen bekannten Parteien, außer den Ampelparteien und den Linken, eher Richtung Rückschritt arbeiten werden. Ja, insbesondere CDU, CSU und AfD, die eben für das Verbot sind und im Zweifelsfall wieder für schlechtere Bedingungen sorgen werden. Insofern ist nicht egal, wen man wählt und ob man wählen geht. Nicht wählen zu gehen oder die falschen Parteien zu wählen, wird dazu beitragen, dass wir härteren Zeiten entgegen sehen. Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs, sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. So, der zweite große Knaller der Woche, US-Wahl. Auch das war ja ein Riesendrama mit diesem Rennen zwischen Trump und Harris. Cannabis, auch mit gewaltigen Auswirkungen für die ganze Weltpolitik sozusagen, die weit über Cannabis auch hinausgehen. An der Stelle vielleicht auch nochmal, natürlich gibt es wichtigere Sachen als Cannabis und Cannabispolitik. Ja, das kommt auch immer mal wieder. Von wegen, wir müssen uns jetzt um andere Probleme kümmern. Klar, natürlich gibt es wichtigere Themen, ja, keine Frage. Aber wir sind nochmal der Deutsche Handverband und das ist auch ein wichtiges Thema oder auch ein Thema auf jeden Fall. Und mit der Begründung, dass es immer was Wichtigeres gibt, heißt das, kann man ja nicht sagen, wir lassen alles andere liegen. Ja, und wir beim Handverband sind eben dafür da, speziell zu gucken, wie steht es um die Cannabispolitik. Und jetzt will ich damit eigentlich nur sagen, die ganzen anderen Fragen werde ich jetzt hier mal außen vor lassen. Ja, was das für die ganze Weltgefüge bedeutet, dass jetzt dieser Trump nochmal irgendwie dran ist. Und was mich das mit amerikanische Volk denken lässt, dass die so notorischen Lügner, Baron Münchhausen-Typ da irgendwie so einen selbstverherrlichenden Irren da irgendwie wieder wählen. Also ich kann das gar nicht anders, ich kann das gar nicht glauben. Aber ich sage da jetzt nichts mehr zu. Hat nichts jetzt verloren sozusagen, da können wir uns alle zu Hause über aufregen. Aber Cannabis-Politisch ist zumindest diese Wahl zwischen den beiden Präsidenten kein riesiger Unterschied. Harris hat sich zuletzt zwar richtig für Legalisierung ausgesprochen. Früher war sie mal Staatsanwältin, die auch Leute mit Cannabis verknackt hat. Aber sie hat sich da auch geändert die letzten Jahre, auch schon seit Jahren ist sie da wesentlich liberaler und hat jetzt nochmal klar gesagt, sie will Cannabis legalisieren. Während Trump sich zumindest ein bisschen entspannt gezeigt hat, was diese Abstimmung über die Cannabis-Legalisierung in Florida anging. Und gesagt hat, okay, das wird wahrscheinlich durchgehen mit der Legalisierung in Florida und ich komme damit klar, das ist jetzt kein Problem für mich. Immerhin, ja, also muss man da auch sagen, hat Trump auf die Umfragen geguckt und sich da ein bisschen daran orientiert und gesagt, okay, ich entspanne mich mal ein bisschen, was Cannabis-Politik angeht. Also von dem ist jetzt auch jetzt persönlich keine große Initiative zu erwarten, irgendwas zu verschärfen in dem Sinne. Aber eben auch kein Fortschritt. Und das Problem ist da eher, dass die wahrscheinlich, das ist ja immer noch nicht ganz ausgezählt, aber wenn die Republikaner jetzt wirklich in beiden Kammern des Parlaments in den USA eine Mehrheit kriegen, dann haben die Durchmarschmöglichkeiten sozusagen, beziehungsweise umgekehrt, die Demokraten überhaupt keine Chance mehr, noch irgendwas Vernünftiges einzubringen. Weil auf Fraktionsebene tatsächlich die Demokraten deutlich mehr Engagement gezeigt haben oder überhaupt Engagement gezeigt haben zu legalisieren. Es gab seit etlichen Jahren mehrere Anträge, mal im Repräsentantenhaus, mal im Senat für eine richtige Cannabis-Legalisierung oder zumindest, dass alle Bundesstaaten wirklich jetzt legalisieren dürfen nach Bundesrecht, ganz offiziell auch. Es ist immer gescheitert, letztendlich dann wieder in der anderen Kammer, wo die Republikaner die Mehrheit hatten. Die hatten nie die Möglichkeit, durch beide Kammern durchzukommen sozusagen mit so einem Ansatz und das schon seit Jahren. Und jetzt ist es eben möglicherweise so, dass die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit haben und dann geht halt gar nichts mehr. Naja, die sind halt, also größtenteils ja noch viel konservativer als Trump selbst. Der ist ja sich selbst das eigene Programm sozusagen und jetzt ist ja keine großartige Agenda, außer Hass zu sehen gegen alles Mögliche. Naja, aber da wollte ich ja nicht drüber reden. Auf jeden Fall, diese Republikaner, die Partei ist eher das Problem und die haben jetzt auch mit Fett gewonnen sozusagen. Und da ist jetzt auch vermutlich nicht viel zu erwarten, was jetzt Cannabis-Legalisierung angeht, die nächsten Jahre auf Bundesebene der USA. Was aber viel konkreter zu unserem Thema nochmal beiträgt, sind die Volksabstimmungen zum Thema Cannabis. Es gab zumindest zwei Bundesstaaten, die mal wieder über eine vollständige Legalisierung abgestimmt haben, nämlich Florida und North Dakota und die haben beide verloren. In Florida gab es zwar eine Mehrheit, aber nur ein paar und 50 Prozent. Und da ist eine Besonderheit in Florida, dass man 60 Prozent braucht, um eben so eine Volksabstimmung zu gewinnen. Und das war jetzt schon zum zweiten Mal so, dass es so eine Abstimmung gab und die eben über 50 Prozent gewesen ist in der Zustimmung, aber eben unter 60 und damit gefehlt ist. Übrigens war das auch die Abstimmung, wo mit Abstand am meisten Geld reingeflossen ist, jemals, ich glaube 100 Millionen Euro ungefähr von irgendwelchen großen Cannabis-Firmen, die allerdings dann auch ein merkwürdiges Konzept vorgestellt hatten. Ich glaube auch ohne Eigenanbau und auch gegen kleine Unternehmen, die da mitspielen können und so. Das war so fragwürdig, das ganze Konzept in Florida. Aber trotzdem auf jeden Fall keine Legalisierung wieder in Florida. Und eben auch nicht in North Dakota, was jetzt bisher zumindest auch für dieses Jahr bedeutet, zum ersten Mal seit, ich hatte da nachgeguckt, irgendwie sechs, sieben Jahren haben wir den Fall, dass kein einziger Bundesstaat oder kein einziges Land die Cannabis-Legalisierung bisher beschlossen hat in 2024. Und die legalisierte Weltbevölkerung, wie wir sie zählen, wie wir sie auch in der Karte hinter mir immer darstellen, nicht gewachsen ist in 2024. Ganz schlechtes Zeichen, ja sozusagen, also der große Run Richtung Legalisierung scheint ein bisschen sich zu verlangsamen oder ausgebremst zu sein, warum und wie auch immer. Hängt vermutlich mit der allgemeinen weltpolitischen Lage zusammen. Auf jeden Fall ist da nichts vorwärts gegangen. Es gab ein paar kleinere Erfolge bei diesen Abstimmungen noch. Also in einem Bundesstaat gab es jetzt neuerdings Cannabis als Medizin. Auch das ist ja noch nicht überall legal in den USA. Und einige kommunale Abstimmungen in Städten, die gesagt haben, also jetzt wir wollen keine reinen Besitzdelikte mehr verfolgen. Meistens geht es da auch schon relativ viel, bis zu drei, vier Unzen oder so, also über 100 Gramm, sollte jetzt da nichts Großes passieren, wenn einer damit erwischt wird. Aber eben kommunal, klein, klein irgendwie. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung, wenn ihr da nochmal genauer gucken wollt. Guckt euch das an. Aber auch da, Desaster auf ganzer Linie, ja, also krasse Woche. Auch für Cannabis-Politik, nicht nur für die ganze Welt. So, kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Da habe ich nochmal diverse interessante Geschichten auf Lager. Einmal haben wir eine Antwort bekommen von der Wehrbeauftragten Högl. Eva Högl, Wehrbeauftragte des Bundestags. Die hatte ich vor zig Wochen schon mal angeschrieben, wegen des Konsumverbots für Soldaten in der Freizeit und außerhalb vom Militärgelände. Die dürfen halt überhaupt kein Cannabis konsumieren, nach wie vor, nach Ansage der Bundeswehr. Irgendwie, da gibt es irgendwelche Verordnungen oder Ansagen, wie auch immer, welche Rundschreiben, dass das nicht erlaubt wäre. Und das ist ja auch Teil unserer Kampagne, wo wir jetzt Prozesse anstoßen wollen. Und in dem Zusammenhang hatte ich eben auch die Wehrbeauftragte angeschrieben, ob sie nicht auch gegen die Selektionierung von Soldaten ist. Zumal das meiner Meinung nach eben auch ein Rekrutierungsproblem ist. Die Bundeswehr sucht ja auch Leute. Und wenn ihr gleichzeitig ansagt, ihr dürft aber auf gar keinen Fall jemals irgendwie Cannabis konsumieren, ist das sicherlich nicht gerade tolle Werbung für die Bundeswehr. Und jetzt habe ich nach zig Wochen, wo ich überhaupt nicht mehr damit gerechnet habe, vier Seiten Brief bekommen von Eva Högl, wo sie im Prinzip einfach genau die Position wiedergibt, die das Verteidigungsministerium auch hat und die Bundeswehr selbst. und auch zitiert sozusagen deren Argumentation. Und ich zitiere mal ein bisschen daraus hier. Hierbei stützt sich das BMV auf die Bewertung der dort medizinisch zuständigen Fachreparate, wonach eine Prognostizierbarkeit von Dauer und Ausprägung eines Rauszustandes infolge Cannabiskonsums derzeit nicht valide gegeben sei. Nochmal weiter unten. Daher ist derzeit keine wissenschaftlich fundierte Aussage zum Verlauf der Wiederherstellung der uneingeschränkten physischen, mentalen und kognitiven Leistungsfähigkeit nach Cannabiskonsum sowie zu potenziellen Langzeitfolgen möglich. Also die glauben tatsächlich, dass Cannabiskonsum so unberechenbar ist in der Wirkung und in der Länge der Wirkung und von wann man genau irgendwie wieder davon ausgehen kann, dass jemand voll dienstfähig ist. Da zu sagen, also das Risiko können wir auf gar keinen Fall irgendwie in Kauf nehmen und müssen deswegen jetzt tatsächlich komplett den Konsum verbieten. Und dann sagt sie auch zum nochmal ganz klar, vor dem Hintergrund des Kerns des Auftrags der Streitkräfte, nämlich die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und der Bündnispartner, halte ich die getroffenen Sonderregelungen für Soldatinnen und Soldaten im Hinblick auf den Konsum von Cannabis für unbedingt geboten. Also das Verbot von Cannabis in der Freizeit bei Soldaten, auch in einem wochenlangen Urlaub, ist unbedingt geboten, weil man Cannabis so schwer einschätzen kann. Das ist natürlich kompletter Blödsinn im Vergleich zu Alkohol, der halt fleißig konsumiert wird in der Bundeswehr, wo kein Mensch irgendwie ein Problem mit hat. Und auch was jetzt irgendwie Gesunderhaltung angeht, Langzeitfolgen und so weiter, da wissen wir ja, wie gefährlich das ist und wie schädlich das ist oder wie man sich am nächsten Tag fühlt nach Cannabis, nach Alkoholkonsum. Aber irgendwie, das ist kein Problem dann. Aber bei Cannabis ist es ein Problem. Also das ist absurd an Ahren herbeigezogen und leider haben wir da in Erwerbeauftragten keine Verbündete gefunden. Aber ich nehme das mal als Anlass, um nochmal darauf hinzuweisen, dass wir ja betroffene Soldaten suchen, die sich den Konsum nicht verbieten lassen wollen, die gerne in ihrer Freizeit konsumieren würden und auch bereit sind und das Standing haben sozusagen, die sich da trauen, damit auch wirklich vorwärts zu gehen und zu sagen, das ist mein Recht hier, ich sehe das so auch verfassungsmäßig, ich werde hier ungleich behandelt ohne eine sinnvolle Begründung, das geht nicht und ich werde dagegen vorgehen. Wir bezahlen den Prozess, haben eine gute Anwältin, haben eine Strategie, brauchen ein paar Leute, die Lust haben, da mitzumachen. Wir haben jetzt schon einige Probanden, wir fangen jetzt an, auch mit denen nochmal Videocalls zu machen, nochmal die ganze Situation, die dann vorgehen, die Vorgehensweise zu besprechen und auch nochmal uns abzuholen, die Aussage, okay, ich will das machen, ich will mir das geben und ich bin auch bereit sozusagen, da vielleicht irgendwelche, irgendwelches Mobbing von irgendwelchen Leuten in Kauf zu nehmen, denen das nicht gefällt. Solche Leute nach wie vor bitten wir, sich zu melden. Ich habe den Artikel dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Meldet euch bei uns, die Kontaktadresse steht auch in dem Artikel drin, wenn ihr ernsthaft Bock habt, da mitzumachen, aber nicht jetzt irgendwie alle möglichen Leute, die jetzt mal irgendwie irgendwas jetzt da loswerden wollen, das ist Arbeit für uns, das vernünftig rauszusieben, wer jetzt wirklich die goldenen Kandidaten sind, bei denen das wirklich Sinn macht. Also meldet euch bitte nur, wenn ihr wirklich noch längerfristig Soldaten seid, auch über mehrere Jahre, rechnet damit, dass das lange dauert und bereit seid, euch das zu geben. Möglicherweise auch, also das wird vermutlich auch öffentlichkeitswirksam sein. Und wenn ihr dann Lust habt, das zu machen, dann meldet euch bei uns. Wir hätten gerne mehrere Probanden, weil immer das Risiko ist, dass einer abspringt. Gerne fünf Leute oder so, je mehr, desto besser am Ende. Also meldet euch. Oder wenn ihr irgendwen kennt, den das betrifft. Vielleicht auch, wenn ihr davon schon betroffen seid. Also wenn irgendwie die Bundeswehr Freizeitkonsum bei euch mitbekommen hat und ihr habt irgendwelche dienstrechtlichen Probleme deswegen, auch das gucken wir uns gerne an. Aber es sollten bitte auch nur Fälle sein, die nach jetzigem Cannabis-Gesetz im zivilen Leben legal wären. Ja, also eben nicht, was weiß ich, mit 500 Gramm und 10 Pflanzen oder so hat erwischt worden sein, sondern zivil, vollkommen legal. Aber trotzdem bei der Bundeswehr Disziplinalverfahren. Dann meldet euch bei uns. So. Jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und den Martin mal ranlassen, weil es geht um den CSC. Gant-Erkesee, das hat man hier schon ein paar Mal, ich habe letztes Mal schon erzählt, dass jetzt da die erste Ernte ansteht, weil auch der erste in Deutschland genehmigte CSC in Niedersachsen war. Und ich muss es jetzt noch mal erwähnen, weil es so schön wirklich massenhaft durch die Medien gegangen ist letzte Woche, dass das erste Cannabis ausgegeben wurde im CSC Gant-Erkese. Hier mal ein Zusammenschnitt von Martin. Ein wahrhaft historischer Moment. Die erste legale Abgabe ist passiert und es ist ein ganz geiles Gefühl. Wie viel ist es denn? Von jeder Sorte ein Gramm zum Probieren. Ja. Da freue ich mich, dass irgendwelche Clans oder beziehungsweise die da auf dem Schwarzmarkt sind nicht ihren Dreck verkaufen können. Ich hätte Angst gehabt, von denen was zu kaufen. Es ist mir so sicherer, weil es sauberer Stoff ist. Da bin ich schon sehr glücklich drüber. So, wo wir gerade beim Thema CSCs sind, habe ich noch die schöne Nachricht, dass in Bremen der erste Anbauverein genehmigt worden ist. Der Hansa Hai CSC. Und damit nur noch ein norddeutsches Bundesland übrig ist, das keine Anbauvereine bisher genehmigt hat, nämlich Schleswig-Holstein. Das steht noch aus. Das hat ziemlich zäh. Da haben wir auch schon Berichte, die sich ein bisschen mehr anstellen bei manchen Details als andere Bundesländer. Aber auch da soll wohl in den nächsten Wochen was passieren, hört man oder sagt die Behörde selbst in Schleswig-Holstein. Aber langsam kann man die Bundesländer zählen, die noch keine Genehmigung erteilt haben. Und dann irgendwann wird sich der Blick auch Richtung Süden wenden, was mit Bayern und Baden-Württemberg ist. Aber noch gibt es ein paar Mohikaner, die noch nicht eine Genehmigung verteilt haben. Da können wir nochmal kurz den Hinweis geben nach Berlin, wo jetzt dieses Lageso, das zuständig ist, das hatte ich schon erwähnt, jetzt auch nochmal einen Aufschlag gemacht hat und ein Merkblatt rausgegeben hat und Handlungshinweise, was bei so einem Antrag zu beachten ist. Und jetzt gab es nochmal einen Medienbericht, wo man sagt, man ist total engagiert beim Lageso, um den Vereinen da irgendwie zu helfen, auf die Schiene zu kommen. Und im Moment ist noch kein Gebührenkatalog dafür veröffentlicht, für die ganzen Leistungen sozusagen, wie es Lageso dann gegenüber den CSCSR bringt, sodass im Moment keine Gebühren erhoben werden können. Und dann wurde gesagt, im Moment könnte es sogar noch sein, dass er eine Genehmigung kriegt, ohne irgendwelche Gebühren zu bezahlen. und wenn man sich beeilen würde. Gleichzeitig ist aber der absurde Zustand, dass in Berlin insgesamt schon 23 Anträge gestellt worden sind, nämlich bei den Bezirken zuerst, die, wo es erst hieß, die sind zuständig. Und bei dem Lageso sind bloß fünf angekommen bisher, weil die Bezirke scheinbar nicht in der Lage sind, jetzt wegen neuer Zuständigkeit die Anträge abzugeben. Selbst der Antrag, der schon genehmigt worden ist, der eine, den ein Bezirksbürgermeister schnell noch irgendwie genehmigt hat, bevor Lageso zuständig geworden ist, selbst diese Dokumente und Unterlagen sind noch nicht beim Lageso angekommen. Also Berlin ist wie immer unterwegs, ja, total chaotisch, irgendwie kriegt man das noch nicht mal geregelt, da die Akten weiterzuleiten. Aber wenn man sich jetzt beeilt, dann kann es eben sein, dass man ohne Gebühren eine Genehmigung kriegt. Mal sehen, wie sich das jetzt weiter ergibt. Auf jeden Fall, wenn ihr schon mal einen Antrag gestellt habt in Berlin, fragt mal vielleicht nach, ob eurer zufällig beim Lageso schon gelandet ist oder ob ihr einen neuen stellen sollt oder was jetzt da los ist. Dann haben wir nochmal ein Thema, nicht geringe Menge. Da habe ich ja eben gesagt, politisch ist da nichts mehr zu erwarten. Diese 7,5 Gramm sind politisch erstmal fest, wahrscheinlich gemeißelt. Eine Gesetzänderung gibt es nicht mehr vor der Wahl. Aber jetzt gibt es nochmal ein Urteil zu dem Thema. Und wir kommen wieder ganz unten an, auf der Amtsgerichtsebene, nachdem der BGH in vier verschiedenen Senaten immer wieder festgelegt hat, sagt, nö, wir bleiben bei 7,5 Gramm. Total stur, oberstes Gericht. Und das kleine Amtsgericht Aschersleben sagt jetzt, nö, das geht nicht. Ja, das ist Blödsinn. Das können wir nicht akzeptieren, dieses BGH-Urteil. Dem BGH kann nicht gefolgt werden, schreiben die da in ihrem Urteil. und sagen, die nicht geringen Menge legen wir jetzt fest auf 37,5 Gramm THC statt 7,5. Ja, stabile Ansage. Ob das jetzt Bestand haben wird, ist zu bezweifeln. Die Staatsanwaltschaft hat schon eine Revision oder ein Schwerte eingelegt dagegen, ist in die nächste Instanz gegangen jedenfalls. Und dann kommt das irgendwann beim BGH an wahrscheinlich, der dann wieder sagt, nö, 7,5 Gramm. Aber immerhin, ja, umgekehrt werden jetzt ganz viele solche Amtsgerichte den Aufstand proben, dann ist das vielleicht auch anders. So, jetzt nochmal Brandenburg Bußgeldkatalog. Also ein Land nach dem anderen gibt ja jetzt auch so einen Bußgeldkatalog raus. Brandenburg hat jetzt auch einen für diverse Verstöße gegen das Cannabis-Gesetz, wenn es um Ordnungsfähigkeiten geht. Also nicht Straftaten. Das heißt, das bezieht sich auf den Konsum am falschen Ort, im Besitz dieser kleinen Korridormengen öffentlich von 25 bis 30 Gramm, zu Hause von 50 bis 60 Gramm. Das sind Ordnungsfähigkeiten. Dafür gibt es Bußgelder. Und dafür hat auch Brandenburg jetzt die Verordnung festgelegt. Auch die Anbauvereine können diverse Ordnungsfähigkeiten begehen und müssen dann Bußgelder bezahlen. Und erst dachte ich, als ich da reingeguckt habe, das ist der übliche Mist. Das ist genauso repressiv wie viele andere jetzt auch solche Verordnungen, wie Bayern. Da stehen auch häufig Strafen bis zu 30.000 Euro drin, was die Obergrenze überhaupt im Cannabis-Gesetz ist. Mehr kann man gar nicht machen. Aber die untere Grenze ist zum Teil eben deutlich niedriger, als wir das in vielen anderen Verordnungen bisher gesehen haben. Insbesondere eben Konsum an der falschen Stelle. Selbst Konsum auf militärischem Gelände oder auch Konsum in der Nähe von Minderjährigen, das geht bei 50 Euro los. Während in Bayern das, glaube ich, 500 Euro war. Im Schnitt jedenfalls, ich glaube, bei minderen Jährigen sogar 1.000 Euro Mindest Bußgeld. Und in Brandenburg eben jetzt Mindest Bußgeld 50 Euro. Da kann man dann aber langsam drüber reden, dass das irgendwie eine sinnvolle Dimension ist. Ich habe damals in Bayern gesagt, dass mindestens dann null zu viel dran irgendwie an den Bußgeldern. Und tatsächlich, zumindest an manchen Punkten, sieht Brandenburg das offensichtlich ganz ähnlich. Und daran anknüpfen passt super die Nachricht aus Köln, wo mal so ein kleiner Bericht kam jetzt in der kölnischen Rundschau, wie das Ordnungsamt da mit diesen Konsumverstößen umgeht. Und da zitiere ich mal kurz ein bisschen kölnische Rundschau. Wir sind gerade noch in der Aufklärungsphase, erklärt Günther die Herangehensweise gegenüber Konsumierenden. Das bedeutet, stellen er oder seine Kollegen eine Person fest, die innerhalb einer der vielen Verbotszonen im Cannabis raucht. Belehren sie diese über die geltenden Bestimmungen und stellen nicht direkt ein Verwarngeld aus. Es ist tatsächlich ein entspanntes Ermahnen. Die Leute denken gar nicht drüber nach. Gerade wenn man den Aspekt Kinder- und Jugendschutz erwähnt, haben die meisten aber Verständnis. So die Erfahrung des Ordnungshüters. Nur bei besonders uneinsichtigen Konsumenten stellen die Stadtwächter ein Verwarngeld in Höhe von etwa 50 Euro aus. Also, so geht es auch. Na, liebes Bayern, man braucht kein Rollkommando und 1000 Euro Bußgeld und irgendwie Knüppeldrohung für alle. Ja, das geht auch ein bisschen entspannter. Danke Köln, dass ihr das so macht. Dann zum Schluss Ortsgruppenfunk haben wir einen Bericht von der Ortsgruppe München, die teilgenommen haben am Halloween Rehab. Geschlossener Gesellschaft, so wie so eine kleine Messe, diverse Verkaufsstände verschiedener Hersteller. Interessant fand ich die Bemerkung, dass auch unerwartet Player dabei waren wie Motorola. Die haben da wohl ihre Kameraüberwachungs- und Zutritts-Sicherungssysteme für CSCs beworben. Also, ja, auch sehr klassische Industrie, die jetzt mal guckt, was man vielleicht so den CSCs anbieten kann und im Cannabis-Bereich verdienen kann. Da gab es dann Vorträge, schick in den Outdoor-Bereich und so weiter. Infostand der Ortsgruppe natürlich mit Bastelstation für Grußkarten aus Hanfpapier aus Bayern. Hanfpapier melden in Bavaria. Auch nicht schlecht. Coole Aktion unserer Ortsgruppe. Offenen Stecklingsverkauf gab es auch. Keine Beschlagnahmung in dem Fall in Bayern. Also, da Mendelt Bayern auch noch hin und her, pendelt hin und her zwischen fiesen Beschlagnahmungen und Prozessen und so weiter und andererseits wiederum andere Leute verkaufen lassen. Auch der Kampf ist noch zu Ende zu bringen. Und Buberts Cup gab es auch noch mit Medaillen, Pokalen und so weiter. Also München, mal ganz schön was los hier, irgendwie, was Cannabis angeht. Erstaunlicherweise gibt es auch entspannte Events in München. So, ein paar Termine haben wir noch. Den offenen Hanftisch der DHV-Ortsgruppe. Na, 8.11., das kann man vergessen, 18 Uhr, aber jetzt dann Samstag, Heidelberg, Infostand der Ortsgruppe, Rhein-Neckar, 9.11. München, treffende Ortsgruppe, auch 9.11. In Hamm, Cannabis-Fachtagung, 13.11. 10 bis 16 Uhr, da bin ich selber auch dabei, Podiumsdiskussion, freue mich, jede Menge DHV-Zuschauer da vor Ort zu sehen. Wenn ihr Hammer seid, ja, kommt ihr zum Cannabis-Fachtag in Hamm. Heidelberg, Infostand der Ortsgruppe am 15.11., Stuttgart, 16.11., CSC Movie Night der Ortsgruppe, Heidelberg, Hanftisch, 19.11., Ortsgruppe, und langer Tag des Hanfs in der Hochschule, Merseburg, 23.11., da ist unsere Ortsgruppe Halle mit vor Ort zugange. Das war's. Kanal abonnieren, liken, Glocke und so weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und großartig Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.